Die Crew der Raumfähre Camelot bringt ein kleines Geschenk vom Mond mit zur Erde. Organische Reste, menschlich. Er ist 14.000 Jahre alt. Gewebe, Rekonstruktion. Es erwacht zum Leben und sucht. Einbringling in den Korridor 15. Jagd. Er ist riesig. Zusammenbleiben, Achtung. Töten. Wir wollen Fabinho mit dir aufnehmen. Er ist die Basis. Gib uns ein Zeichen. Er schließt diesen dreckigen Bastard. Aus den Tiefen des Universums. Was zum Teufel ist das, Jay? Rief es sie zur Hilfe. Eine Basis. Und das Licht bedeutet, wir sind eingeladen. Agro-Team, hört ihr mich? Bitte antwortet. Sie lebt. Etwas zieht mich aus der Flugbahn. Sie sind schwer von Begriff. An den Grenzen des erforschten Raumes begegnen sich ein Mann unserer Zeit und eine Frau aus der Vergangenheit. Wir sind in Ihrem Schiff. Sie brauchen Menschen als Ersatzteile. Gemeinsam stellen sie sich einem technisch überlegenen, seelenlosen Feind. Moontrap, die Zeit des Wartens ist vorbei. Walter Koenig aus Star Trek und Bruce Campbell in einem mitreisenden Science-Fiction-Abenteuer.